Hey Amy, komm! Was willst du? Gut, dass meine Blase leer ist. Ich bin Amy, 31 Jahre alt. Ich wohne mit meiner Schwester Tammy, meinem Mann Michael und meinem Hund Little Bit zusammen. Ich heiße Tammy und bin 32. Wir leben in Dixon in Kentucky. Vor kurzem war Tammy wegen ihrer Gicht im Krankenhaus. Davor kam sie ohne Gehhilfe zurecht. Jetzt braucht sie Unterstützung. Deshalb haben Michael und ich entschieden, dass sie eine Zeit lang bei uns wohnen kann. Sie sind was für Tammy. Tammy hatte das Klinikessen über. Jetzt kriegt sie was Feines zu Abend. Wir kochen Lasagne, Huhn und Klöße, Hamburger, Nudeln, Erdnussbutterpie, eine Torte aus Schokoriegeln und Apfelkuchen. Was noch? Ach, Lasagnenudeln. Um Tammy satt zu kriegen, muss man viel Essen im Haus haben. Meine Schwester ist meine beste Freundin. Das Positive, sie denkt, sie hat immer recht. Ist das positiv? Nein. Dann ist es negativ. Wackel mal. Wackel du doch. Ich tanze nur mit meinem Dino. Leg los. Besser als er. Unser Talent auf Befehl rülpsen. Zähl bis drei. Speck wär gut in der Lasagne. Aber du bist fett. Gib ihn dazu. Es waren immer ich und Tammy. Tammy und ich. Wir hatten nur uns. Wir sind in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Es gab nur Fastfood. Und wenn wir das nicht gehabt hätten, hätte uns die Kirche Essen gegeben. Wir waren fünf Kinder. Und Mom hatte drei Jobs. Liebe haben wir nicht viel bekommen. Im Gegenteil. Man hat uns gesagt, dass wir dumm und faul sind. Kässlich, fett. Wer hat das gesagt? Unsere Mutter, unsere Geschwister. Unsere Großmutter aber war wie eine Mutter für uns. Sie hat mir das Gefühl gegeben, dass ich so bin wie alle anderen. Als sie starb, war ich zehn und Tammy elf. Nach ihrem Tod war Essen unsere einzige Freude. Wegen meines Gewichts habe ich Bluthochdruck, Diabetes und auch Asthma. Pro Tag trinke ich eineinhalb Kartons Limonade. Ich bin süchtig danach. In der Schule wurde ich gehänselt. Da hieß es nur, du bist fett, du schielst. Ich habe eine Augenerkrankung und gelte offiziell als blind. Deshalb kann ich nicht Auto fahren oder arbeiten. Wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt, ist es schwer, das Essverhalten zu kontrollieren. Ich wollte immer Mutter sein. Aber so dick wie ich bin, ist es problematisch, schwanger zu werden. Ich habe deshalb das Gefühl, dass ich keine vollwertige Frau bin. Manchmal gönne ich mir zum Frühstück ein Dessert und eine Limo. Es gibt Tage, da frage ich mich, warum hast du dich nicht zusammengerissen? Michael bedeutet mir alles. Wir sind frisch verheiratet, aber schon seit vier Jahren zusammen. Ich kann ihm alles sagen und er unterstützt mich. Auch jetzt, wo ich Tammy helfe. Was schmeckt wohl am besten? Das, was ich gekocht habe. Soll ich mir das antun? Immer wenn ich Tammy ansehe, denke ich mir, wenn ich nichts ändere, wege ich bald so viel wie sie. Vielleicht schon in einem Jahr. Ich bin bereits mein ganzes Leben lang übergewichtig. Die Kinder in der Schule waren sehr gemein. Sie haben mich geschubst und beleidigt. Mit 20 brachte ich schon 230 Kilo auf die Waage. Essen hat was Tröstliches, denn es... Ich wollte schon sagen, es verletzt mich nicht. Aber natürlich schadet es mir. Weil ich so dick bin, habe ich viele Erkrankungen. Ich war schon drei oder viermal in der Klinik. Ein Blutgerinnsel in der Lunge hätte mich fast umgebracht. Ich musste zweimal auf die Intensivstation. Meine Geilenblase macht Schwierigkeiten. Ich habe Bluthochdruck und Schilddrüsenprobleme. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich gerade wiege. Aber ich brauche jetzt Hilfe bei allem, was ich mache. Beim Kochen, beim Putzen, beim Baden. Ich kann nicht in der Dusche stehen. Deshalb setze ich mich auf die Kommode und Amy wäscht mich. Ich bin eine Last für sie. Seit sechs Jahren bin ich nicht mehr aus dem Haus gegangen. Außer in die Klinik. Aus Angst, ich könnte hinfallen oder einen Herzinfarkt kriegen. Ich träume davon, wieder unabhängig zu sein. Jetzt muss was passieren, ansonsten bin ich nicht mehr lange hier. Ich merke ja schon, dass mein Körper aufgibt. Ich bin es leid, fett zu sein. Wir müssen das ganze Gewicht loswerden. Hätte mich fast verschluckt. Wir waren x-mal auf Diät. Haben es mit Walking und mit Medikamenten versucht. Was jetzt noch fehlt, ist eine Operation. Tammy und ich haben eine wichtige Entscheidung getroffen. Wir denken schon länger darüber nach und haben jetzt beschlossen, dass wir eine Magen-Bypass-Operation durchführen lassen. Wenn ich abnehme, dann wird hoffentlich mein Traum wahr. Und ich kriege ein Baby. Zumindest eins. Eine Portion. Brauchst du die wirklich? Ab morgen halte ich Diät. Gut möglich, dass sie es ohne Operation kein Jahr mehr macht.